Das ist hier, guck mal, ihr könnt sowas machen, aber das fänden die anderen Völker nicht so geil. Guck mal, ich hab's fast erobert. Fast erobert. Wir werden deine Spezies in höchst unterhaltsame Kohlenstoffhaufen verwandeln. Tut mir auch aber sehr, sehr leid. Aber irgendwie nicht. Irgendwie nicht so. Ich fliege hier einfach durch die Gegend, schieße einfach meine Bomben los. Und dann suche ich ganz schnell wieder das Weite. Das könnte ja nicht überall sein, ne? Ich fliege hier einfach überall gegen, mache Boom und Bäm und Bäm. Ich kann auch, ich klick die ganze Zeit, obwohl ich kann das halt gedrückt halten. Hm. Ich bin auch hier gar nicht fertig, ne? Stimmt. Ah, bin auf jeden Fall dran. Versuche, was ich kann. So. Ich bin dann mal weg, Leute. Irgendwie zumindest versuche ich zumindest jetzt abzuhauen. Ich verkack jetzt. Ich geh jetzt sterben. Die reißen mich jetzt auseinander. Juhu. Ich leb noch. Puh. Das war knapp. Danke, dass du mich empfängst. Ich brauche Reparaturen hier. So, und Handel. Handel ist sowieso mit hier total abgeschwackt. Ähm. So, wo sind hier meine anderen Kollegas? Meine richtig guten Kollegas. Ich glaube, die sind hier. Ja, da sind sie ja. Irgendwie kriege ich es nicht auf die Reihe, dass euer Planet die ganze Zeit so, also, keine Ahnung, dass euer Raumschiff hier am Leben bleibt. Deswegen, ich brauche eine Flotte. Hm. Warte mal. Ne, wohl. Ich will mal gucken eben. Ja, 94 ist immer noch eigentlich alles gut. Das ist für sämtliche Städte des Trilogieraufens auf dem Planeten-Reihe, also. Habe ich hier eigentlich noch so viele feindliche Dinge an der Nähe? Okay, dieses Maratinas da. Habe ich da nicht mal alle zerstört? Wieso sind hier immer noch welche? Warte mal, das würde ich ja jetzt mal untersuchen. Interessiert mich jetzt aber. Ja, ich wollte gerade sagen. So, jetzt pulverisiere ich euch wieder einfach. So, wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Keiner will? Okay. Was ist denn das jetzt hier für ein Dings-Planet? Tee gar nix ist das einfach, ne? Ja, sieht so aus. Naja. Pech. Äh, warte mal. Wo gehe ich jetzt hin? Äh, äh, äh. So, ich weiß noch nicht, wo ich hingehe. Zeit abgelaufen, kehre zum Planeten. Ach so, scheiße, da muss ich Ihnen sagen, dass ich verkackt habe wieder, ne? Oh, ja, ja, tut mir aber echt leid, man. Interessiert uns unverständlich. Auf Wiedersehen. Äh, ihr habt immer so komische Missionen, wisst ihr das? Das ist halt so eine Sache. Aber ihr braucht nicht gleich das Interesse zu verlieren an einem so einen Handel-Dings-Boomster. Wisst Bescheid. Weil, äh, ja, weiß ich nicht. Ist einfach so. Faszinierend, dankeschön. So. Äh, wohin gehen wir jetzt? Hier nach oben erstmal. So. Ich möchte über eine Mission sprechen, was? Wo habe ich die ganzen Gewürze auf einmal her? Haben die mir das alle gegeben, oder was? Ja, toll. Und dann in dem Moment greifen mich auch natürlich andere Spasten an. Ja, das ist ja super. Keine Ahnung. Ist das ein guter Preis, den ihr da anbietet? Ich glaube, ich habe schon mal bessere gesehen. Ich warte mit dem Verkaufen weiterhin erstmal. Ende der Übertragung. Okay. Dann komme ich mal vorbei. Dann gucke mir das ganze Spentakel einfach mal an. Ja. So, was sind denn das jetzt für Leute, die hier bei mir sind? Oh, mein Gott. Dieses Demi, Demetrius 3 schon wieder. Oh mein Gott. Cool, dass das Ziel aus der Reichweite ist. Ich will ja nur das Ziel anschießen, was direkt vor mir ist, ne? Nein, das ist eine Logic, ey. Krass. Ich bin fast tot. Geile Sache. Ich glaube, ich hole mir gleich das Gesundheits-Upgrade. Das geht mir nämlich voll auf die Eier. Ja, komm, schieß doch auf den einen drauf, Mann. Guck mal, ihr schießt da die ganze Zeit drauf. Guck mal, warum triffst du nicht? Warum nicht? Mein Gott. Ich habe ein bisschen Schiss um mein Leben gerade. Ist auch ein bisschen eng gerade. Im Moment. Mach den kaputt, schnell! Dann bleibe ich heile. Mein Freund. Jawohl. So. Ne, warte mal, habe ich das nicht von euch geholt und kann es trotzdem richtig teuer verkaufen? Okay. Aber dann habe ich schon mal doch bessere Preise gesehen für die anderen Sachen hier, glaube ich, unten, ne? Ich meine schon, so. Wenn ich jetzt mal gucke, genauer bin, Autoblaster, na, na, na. So, einmal brauche ich hier mehr Gesundheit. Das finde ich am besten. Also, das finde ich jetzt erstmal ganz wichtig. Gesundheit. Kleine Gesundheit. Das wäre gut. Und dann... Megaproton-Raketen. Habe ich die nicht schon? Ne, ne? Sheet. Äh, Impuls. Feuer der Mittel mit mittelstarken Energiestrahl ab. Gut gegen Bodenziele. Laser. Protonen-Dings da. Autoblaster. Und dann... Kolonie- und Fassbar-Pakete. Und ich einfach zwei Stück, genau. So, das wäre es fürs Erste. So, Zufriedenheitsverstecker mit der Frachtraum. Genau, jetzt haben wir hier noch einige Sachen zum Aufsammeln. Da auch nochmal was. So, ich glaube, hier waren aber trotzdem noch Sachen, oder? Ja, das haben wir nicht ein. Und das... Ah, fuck. Fuck! Kommt zu mir. Und so, ich glaube, mehr habe ich hier erstmal nicht. Mhm. So, die haben erstmal nichts für mich. Ist in Ordnung. So. Ah, ah, schauen wir doch mal. Guck mal, die sind von mir eher unbeeindruckt. Die nehmen das mit dem Kaufen gleich eher mehr zurück, oder? Die sehen irgendwie richtig unüberzeugt aus. Was ist denn da los, ey, bei euch? Handel. Nein, das kann ich bei mir, glaube ich, besser verkaufen. Habe ich gesehen, oder? War, glaube ich, so. Missionen. Brauchst du das? Kein Problem. Das schaffe ich. Großartig. Also, bin bald wieder da. Bring uns ein Skorpo-Tier vom Planeten Mem. Mem habe ich schon mal irgendwo gesehen. Das steht aber fest. Ähm. So, Rial. Mem. Hm. So, das sind meine Best-Friends. Da sind meine Nicht-Best-Friends. So, das, da will ich mich auf jeden Fall gegen wehren. Trig-Glo-Di-Reich. So, okay. Das sind, ah, genau, die sind das. Achso, die haben sich jetzt hier angesiedelt. Ne, lasst mal lieber, Leute. Das ist keine gute Idee. Ich sag's euch, das ist keine gute Idee. Okay, du bekommst den Titel Gemeinste Kultur der Galaxie. Wir geben auf. Nein, von der Zerstörung habe ich viel mehr. Okay, das erste Friegen. Warte mal. Äh. Nein, von der Zerstörung habe ich viel mehr. So. Autsch, Autsch, Autsch. Leute, ich muss hier erst mal klarkommen. Chillt mal. Ich brauch doch keinen Frieden. Ich will die jetzt kaputt machen, jetzt wo ich schon dabei bin. Guck mal, wenn die sich schon ergeben, dann, ja, weiß ich nicht. Ist das halt so. Wir werden deine Zivilisation auslöschen. Jetzt geht's los. Das würde ich aber sehen. Das würde ich aber gerne mal sehen, wie ihr das machen wollt. Ich meine, ich könnte hier den kompletten Planeten einfach so ein Stück reißen, aber das fänden meine Leute einfach zu unethisch. Alter, die sind aber echt verdammt viele Abo-Einheiten. Das ist echt krass halt. Ja, was mache ich denn jetzt hier eigentlich? Das ist halt, weiß ich nicht. Ich kann, das ist katastrophal. Ich kann das nicht einsetzen. Das lohnt sich hier nicht, hier irgendwas gerade anzufangen. So, jetzt verpisse ich mich kurz hier raus. Und dann gehe ich hier weiter. Zu meinen Verbündeten. So, und ich brauche von euch mal wieder etwas Schönes. Und zwar ein Schiffchen. So. Oh ne, das ist nicht gut. Diplomatie. Flotte. Ausgezeichnet. Danke. Wie soll ich die denn alle darauf zerstören? Aber die einen, die werden, die werden mich überhaupt nicht mögen, wenn ich das jetzt gleich mache. Die einen werden mich überhaupt nicht dafür mögen. Hm. Obwohl, die werden es verstehen, glaube ich, oder? Ja, ich weiß nicht. Na, ich weiß ja nicht. Wo ist eigentlich jetzt mein Dings da, den ich geholt habe? Habe ich nicht hier irgendwo so einen Planet gemacht, den ich hier erobern wollte? Hey, was geht eigentlich bei denen? Ob die hier wohl ordentlich was haben? Gucken wir doch mal eben. Vielleicht können wir hier ordentlich was kaputt machen. Das geht vielleicht. Oh, komm, das Erobern geht hier aber schnell. So, das hatte ich, glaube ich, jetzt schon mal fertig. Deswegen fliege ich einfach mal zum nächsten weiter und mein Verbündeter geht schon wieder sterben. So, wieso klappt das jetzt hier nicht so gut? Wie, wie da hinten. Das habe ich doch da hinten jetzt zerstört, oder nicht? Deswegen bin ich hier ein bisschen irritiert. Habe ich das jetzt nicht zerfetzt? Jetzt habe ich das zerfetzt. Na, kein Wunder, wenn ich ganz nett auf dieses Hauptding da drauf ballere, dass das dann irgendwie ein Stück gerissen wird, oder? Da habe ich vorher, glaube ich, nie drauf geachtet, ob ich jetzt mitten auf die Mitte auf das Rathos drauf haue oder nicht. Du hast die letzte Kolonie in diesem System zur Aufgabe gezogen. Klicke auf den Eroberung-Button am oberen Bildschirmrand, wenn du dieses Sternsystem erobern möchtest. Ich beanspruche diesen Ort für mich. Du hast viel gelernt, Krieger. Wir überlassen dir das System, wenn du einer Waffenbruch zustimmst. Ich beantworte diesen Ort für mich. Dann ist das meins jetzt einfach, oder? Glückwunsch, du hast deine Feinde mit militärischer Macht zur Aufgabe gezwungen und ihr System erobert. Ja, so sieht es aus gerade. So, Geschütz. Guck mal hier, da kann ich hier... Jetzt kann ich hier wieder so Leute so... So und so machen. Ist das nicht schön? Unterhaltung. Guck mal, das Feiern, die sogar noch dazu. Und Terror-Score ist zu niedrig und so. Cool. Glückwunsch, du hast den Titel größter verdient. Diese Beförderung bedeutet, dass du nun größere Bündnisflotten befehligen darfst. Ich renne sowieso schon irgendwie nur mit ein paar rum. Glückwunsch, reparieren, Handel, so. Oh, guck mal, das ist ein guter Preis auf jeden Fall. So, gucken wir mal hier, Mega-Auto-Blaster. Laser, mhm. Diese Defensive war verfeuert im Falle eines Angriffs automatisch auf feindliche Geschütze und da wird keine Ahnung ausgestellt werden. Okay. Ich würde mal sagen, hier sind wir erstmal fertig. Okay. Was auch immer das soll jetzt. So. Mit wem wollte ich denn jetzt hier irgendwas machen? Planeten Mämmen. Wo ist denn das? Planeten Mämmen? Was ist da hinten irgendwo? Guck mal, ich hab hier bald immer weniger Feinde auf jeden Fall. Warte mal, guck mal, ich mach sogar... Ah, stopp, stopp, stopp. Stopp, stopp, stopp. Ich geh erst zu meinen Verbündeten und hol mir erstmal ein paar neue Leute, so. Äh, hier oben wart ihr, oder nicht? Nein? Wo wart ihr denn? Freunde! Wo sind meine Big Bros? Da sind meine Big Bros! Wir wollen doch hier alle Feinde hier kaputt machen, oder nicht? Hm. So, Flotte. Flotte ist mir gewiss. Keine Ahnung. Na, keine gute Idee. So, gucken wir doch mal eben kurz. Naja, die sagen, hm. Juckt uns zwar irgendwie nicht so viel. Wo ist jetzt eigentlich dieser Planet, den ich gemacht habe? Wo ich mich... Trallt. War das hier, das da? Nein. Ich hab doch irgendwas gemacht. Wo ich sagte, yo, Leute. Hier baue ich jetzt bald meine Kolonie auf. Und wo ist dieser Ort jetzt? Hm. Sibren. So, untersucht die uns mal auf Raya. Da, 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 da. Hm. Komische Sache. Ich weiß nicht mehr, wo ich das machen wollte. Hm. Es ist schwierig, grad für mich zu entscheiden, was ich mache. Wobei, das so, warte mal. Jetzt wird's grad doch etwas einfacher zu entscheiden, was ich mache. Die hier kaputt machen. Demetrius-Reich. So, eingenehm nach bei der Heimatwelt. So. Wieso überfallen die jetzt meine Heimatwelt? Wer? Oder was? Macht das? Ey, das macht mich schon wieder echt sauer. Okay. Wir brauchen Unterstützung. Ja, kein Problem. Guck mal, wieso mögen die mich jetzt einfach wieder? Ich hab' gar nichts geändert. Du warst geizig. Du hast uns Hilfe zugesagt. Handelsroute, dein Handel. Ja.